Ähm, Miss Kitty, Flucky nochmal, ja. Ähm, Fischsalat mit dem Follow, Prey Luna, äh, Kadia, ne. Äh, Leute, vielen, vielen, vielen Dank, ja, okay. Dankeschön. Liebe. So. Ähm. Mach mal den Diffuse-Time auf zweieinhalb Sekunden wieder. Jetzt doch. Ja. Warum? Weil. Mach doch bitte. War gut, deine Anstellung war gut, der Erste. Eben, mein Reden. Grandios. Viel Spaß. Grandios. Viel Spaß. So, okay, komm, gönn mal eine geile Runde. Ah, Junge, Leiter ist aber auch eine Scheißrolle. Freunde, hallo YouTube. Leiter ist aber auch echt eine Kackrolle, ne. Stugifaru. Stugifaru. Da ist Hahn. Hahn Malöres. Schei Malöres. Hat Malöres mich gewissen? Hat er nicht. Okay. Hallo, Darlene. Derste, könntest du den Fein gestreicheln? Wir freuen uns immer so sehr. Du bist halt die Einzige, die sich am meisten freut, ja. Wir freuen uns dann immer so sehr. Da ist der Bär. Teste, wenn ein Sabaton vorbei... Wenn ein Sabaton vorbei ist, möchtest du, dass ich zu dir komme? Hallo. 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 Ähm. Ja, ja, voll viele tot. Okay. Ja, ne? Okay, ja, gut. Also, ähm... Was war... Was war Gesundheit? Ähm... War wahrscheinlich ein Vampir oder so, ne? Hast du, würdest du sagen... Ist das jetzt eine Frage in den Raum, oder... Knechti. Was war denn da los? Ich weiß es nicht genau. Knechti. Ja. Eben. Was würdest du sagen? Oder denkst du, da ist jetzt noch einer rumgelaufen? Hm. Also, ich war mit Knechti an der Lifeline. Ne, warte mal, da ist ja gar nicht mehr die Lifeline. Äh, an dem... Sex-Lifeline. An diesem... Ja. Äh, was ist das denn? Diese Bürokarte da, ne? Ihr wisst doch den Scan. Und, ähm, dann ist... Hahn war da auch. Und Hahn ist dann runtergelaufen zum Admin-Table. Und dann bin ich kurz nach Hahn runtergelaufen. Und dann lag er da tot im Raum. Also, entweder hat Knechti hier gebissen, oder da ist irgendwo einer rumgelaufen. Oder Lava. Kann das... Ja. Genau. Haben wir Lava drin? Oder du hast selbst gebissen. Oder ich hab den da gekillt. Das ist natürlich auch... Äh, Lava ist auch auf 0%. Genau. Das kann nicht sein. Perfekt. Ähm, ja. So is it. Ja, ich bin in der Tast gewesen. Ich hab nix gesehen. Ja, also Hahn war da vorher und er ist dann runtergelaufen, ne? Ja. Wo seid ihr denn sonst so? Ich bin aktuell im Garten. Äh, ich bin unter Storage. Maggie, wo bist denn du? Ähm, ich stehe in der unteren Decon an der Dusche. Aha. Aha. Also direkt bei der Leiche, ne? Wo warst du denn vorher? Wo ist die Leiche? Warte, wo ist die Leiche? Ja, warte mal, weil dann kamst du ja oben vom Office, ne? Dann bist du ja da gerade vorbeigelaufen, du Schlingel. Nein, ich bin nicht gerade vorbeigelaufen. Ich hab da geduscht, bin unsichtbar geworden. Mit, äh, Parzi zusammen. Parzi ist rechts in den Specimen reingelaufen. Vor ca. 3 Sekunden. Wo kamt ihr her, beide? Äh, ich bin... Ich bin... Ich bin von Upper Deacon runter teleportiert. Äh, gemeinsam mit, äh... Malöres, glaube ich. Ja, das dauert zu lange, du schönes Zeit. Also, Parzi, weil ist ja von da... Du bist mit mir runter, Maggie. Also, Parzi, weil ist ja da auch gerade vorbeigelaufen, ne? Komisch hat dir gar nix gesagt. Ich stehe in Specimen. Ja, das ist richtig. Der steht bei mir in Specimen. Ich stehe unten im Specimen und der Task kam gerade von Lower Deacon, war mit Maggie zusammen an dieser Task oben rechts in Lower Deacon, wo er als Kamele unsichtbar geworden ist. Also, da hat vor 4 Sekunden... Die Knechti war auch noch bei euch. Vor 4 Sekunden hat da einer gekillt, ne? Also... Das Knechti war nicht bei uns. Ja, dann ist Parzi raus. Hä, bei euch stand doch... Bei euch stand doch noch jemand an dem Dings in der unteren Deacon. Also, da bin ich bloß durchgelaufen. Da war unsichtbar, dass Maggie und ich während der Task war. Ja. Holy shit. Ilka, danke für den Prime-Sub, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Danke, danke, danke. Liebe, 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 kussi, kussi, kussi. Liebe, 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 liebe. Kussi. Danke sehr. Die letzten 15 Minuten, wie emotional. Die Kim, ne? Kimi, hallo. Wir gehen gucken, was Knechti macht. Aha. Wenn du jetzt noch einmal flüsterst, bin ich für heute glücklich. Äh, Knechti und Schei. Wurde ich gebissen? Ne. Okay, Darlene. Du einmal flüsterst. Die Dankbarkeit kennt heute wieder keine Grenzen. Spinky, mach dich ready für den Grind in die Nacht hinein. Spinky, Dinky, wir brauchen dich. Da ist Maggie. Schmacki. Hm. Schmacki. Ähm, wie heißt sie? Ist das cheesy gewesen? Da ist Parzival. Wie heißt sie hier? Kaioken ist das wahrscheinlich. Ballörs Tod. Wo ist er? Okay, wer war jetzt alles O2? Terz. Schmacki, Parzival, Knechti. Ja, ich bin gerade rausgelaufen aus O2. Gar nicht O2. Ja, weil ich hab nämlich gerade auf den Camps geguckt. Mitten am Rand der Camps liegt die Leiche. Unten beim, beim Boiler Room. Also wieder da, wo Parzival ist, ne? Ich bin durch Electrical durchgelaufen, beziehungsweise hab vorher oben die vier Hebel gemacht. Bin in den Garten rein, hab die vier Blumen gegossen und bin schräg nach rechts unten in O2 rausgelaufen. Ich hab die Leiche nicht mal gesehen. Hm, wie sind denn hier auf der Map die Camps? Äh, und die Camps sind, äh, bei, bei Coms. Du hast unten, unten bei, bei, äh, ne, warte, wo sind die? Genau, Coms, aber es gibt sich zwei hier. Ja, keine Ahnung, ich spiel diese Map zum ersten. Ja. Also die müssen während Lightouts gefallen sein, weil ich war vor Lightouts allein in O2 und hab im Boiler Room die Watzelräder gemacht. Bin dann hoch das Licht fixen gegangen, hoch noch Tasks und dann mit euch ja gemeinsam bin runter und da lag sie da. Hm. Ich kann höchstens 15 Sekunden rein. Joshi, nach dem Einräumen, wo bist du dann hin? Äh, ich steh grad in Admin. Warte, wo haben wir eingeräumt? Unter Starwoods, oder? Äh, ich weiß, äh? Ah ja, doch, die Ordner einräumen. Ja, 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 klar. Äh, dann bin ich ins Office gelaufen, ich steh jetzt grade bei, bei Admin, ich bin dann ins Specimen rein, müsste gar nichts ausgemacht haben, bin jetzt grad wieder raus. Ich glaube, das war mein Weg, ja. Ja. Okay. Au. Ja. Äh, 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 bin ein bisschen verwirrt. Ah, wie, ja. Ja, Mito, ich muss mich erstmal zurechtfinden, weil der Ernstenspaß ist. Also es ist, es ist ja, äh, es ist ja Polos, aber halt auch nicht. Anders. Es ist ja Polos und Crack. Ja, also ich bin hier bei Parzival, ne? Ganz klar. Ja. Ganz klar, ja. Ah, ist klar. Ganz klar. Also bist du quasi Team mit Parzival, ja? Genau. Okay. Ich hab zwar nicht zugehört, aber bestimmt. Ich war voll nütz. Also sagst du, Parzival, sollen zuerst dich rauswohnen, danach Terste? Äh, erst Terste. Erst Terste, ja. Weil Terste ist gefährlicher, weil der ist der Gesser von uns beiden. Also ich bin, äh, für keinen Kill-Sass, aber votet mich raus und Parzival, äh, lass den dründen ab. Naja, also für den Kill-Anhalt. Also ne, das glaube ich, das glaube ich, ist nicht Terste. Ich nehm zuerst Parzival. Ja, okay, Knecht, jetzt schafft. Ich würde uns beide drin lassen und Toni, der den Bait getötet hat, hier votet. Wat für'n Bait? Ich hab die Leiche reported, ich hab die auf Cams gesehen, du Nase. Das mit der Cam kannst du ja immer behaupten, das ist genau das Ding. Hat das jemand anders gesehen? Ha? Ha? Äh, aber ich weiß auch nicht, wo ich kenne. Ey, komm, jetzt so random am Ende noch meinen Namen mit rausbuttern, ist schon echt wild. Ah, guck mal, die Impostor gehen sogar mit drauf. Danke, Parzi. Nein, was für Impostor mit drauf? Dann bin ich ja einer der Impostor. Ich hab dich mit gebootet. Ja, bist du ja auch. Das ist gelungen. 40 Jahre, die Flippers. So, die Kätzchen schlafen noch 10 Minuten. Die Kätzchen, Mietze-Kätzchen, ne? Süßes Kätzchen. Äh, hier ist Parzival. Also ich würde, bei Parzival würde ich jetzt nicht gern sein, ne? Ich glaube, Parzival ist hier, wie sagt man, heilisass. Ja? Können wir bitte alle Leute eine Einzel-Chat machen, die gar keinen Plan haben von Among Us? Ach du Scheiße, das sind viele. Okay, ich erkläre ganz kurz über das Grundprinzip. Among Us, es gibt zwei bis drei Teams. Grundlegend ein böses Team, ein gutes Team, okay? Das böse Team kann andere Leute töten. Man findet die Leichen, reportet die. Kommt in diese Meetings wie gerade. Dann unterhält man sich und spricht ab, wo man ist. Jetzt ist zum Beispiel gerade eine Leiche gefunden worden und jetzt unterspricht, äh, spricht man sich wieder ab. Hallöchen. Die Guten müssen die Bösen rauswoten. Die Bösen müssen die Guten töten. Gewonnen hat das Team, ähm, die Guten, wenn alle Bösen draußen sind. Die Bösen haben gewonnen. Wenn jetzt zum Beispiel zwei Böse noch leben. Und vier, äh, 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 und, äh, zwei Gute Leben noch haben die Bösen gewonnen. Mit Table? Ja. Äh, da waren vorhin... Also da war die Cam noch an, wie ich runtergelaufen bin. Da waren... Am Admin-Table nicht Leiche? Nee, die liegt oben, äh, dort wo die Lifeline früher war. Also es liegen beide Leichen dort. Äh, ich stelle jetzt während Lights Out am Admin-Table. Es war noch mehr Specimen. Äh, und ich bin jetzt hoch, unterliegen beide. Ich hab noch ein paar Sekunden gewartet. Wen hab ich gerade in der Electrical gesehen? So, glaube ich. Äh, mich. Mich, weil ich das Licht gefixt habe. Hört man das Flapflap, wenn man das benutzt? Über die Map oder nicht? Also rechts von der... Ja, ja. Okay. Ich bin der in Specimen. Ah, du bist der, okay. Ja, dann hab ich dich in Specimen gesehen. Weil, Parzi kam, glaube ich, auch aus Specimen vorher raus, bevor er nach oben ist. Also ist er wieder an dir vorbeigelaufen? Und die Runde davor war es dir auch in Notou, als wer gestorben ist? Parzi? Ähm, die Parzi ist die Runde. Aber waren wir nicht? Wir sind zu viert gerade da oben. Äh, Equinom, das war ein Sponsoring. Das ging eine Woche, ne? Dann bleiben Stugi und Kaioken gehen. Aber das war ja auch Werbung. Dafür wurde ich ja auch bezahlt, ne? Ja. Also ich bin tatsächlich einfach nur hingelaufen und da waren beide tot. Ich hab keine Ahnung, ob sie sich nicht sogar gerade gegenseitig gekillt haben. Ich glaube auch irgendwie nicht. Oder einer, oder einer, dass einer der beiden den anderen gekillt hat und dann die jeweilige andere Partei vorbei ist und dann noch mitgenommen hat. Ja, das ist nicht auch so, aber ich glaube, die andere Partei bist du. Hab ich auch gerade gedacht. Ich glaube nämlich, dass nicht beide im Office liegen. Ich glaube, einer von den Kills liegt in den Camps. Aber Kaioken, die Kills sind beide frisch. Also es sind zwei Kills hintereinander passiert. Nicht parallel, sondern... Ja, okay. Aber ich bin halt hoch und da lagen beide schon. Sie, Drake, vielen, vielen Dank für den Sub. Komm mal. Kaioken war böse. Was war sie? Böse. Stugi ist böse oder Team Terz des Maggi ist böse? Nee, 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 nee. Also Terz des Maggi war auch für den Kill davor raus, weil Terz des Maggi war wirklich in O2, vorher war er in Electrical. Eben. Kaioken hat jetzt gerade auf jeden Fall einen Killer beseitigt, weil der Killer, also die zweite Story von ihr war hundertprozentig ehrlich, nur dass sie die zweite Partei war. Ich glaube, Stugi, Knechti, einer von denen wird der Killer sein. Ja, wahrscheinlich ist Knechti dann Vampir, oder? Insgeheim bin ich das einfach so, keine Ahnung. Da kannst du mich hier drauf voten. Ich würde der Stelle von Vampir eher Warlock sagen. Gold Marie, vielen, vielen Dank für den T1-Sub. Ist wahnsinniger Support für den Partner-Plus-Vertrag, ne? Wir brauchen 350 einzelne Leute, die für sich selber einen Sub kaufen, um uns zu qualifizieren. Gold Marie, vielen, vielen Dank, ne? Liebe, liebe, liebe. Hallo Tim, Terz, ich habe gerade 3,99 Euro in der Couch-Rütze gefunden. Für einen Döner reicht es. Hast du noch eine Idee? Ach, für einen Döner reicht es nicht. Ähm, Kinder-Döner ist auch, äh, gibt Kinder-Döner. Der ist so ganz klein. Ähm. Oder eine große Pommes. Ich hatte vorhin Currywurst-Pommes, Tim, ne? War sehr geil, ne? Tim, sag mal, nächste Woche kommt doch das Hunt-Update oder so, ne? Kommt das nicht? Ist das nächste Woche? Oder wann ist das? Timmy? Früher Kinder-Döner haben wir gekauft. Ja, ist halt ein ganz normaler Döner, aber halt ein kleiner. Da war gerade Shy. Ach, Mist, ich muss von außen dran. Lass mal Table gucken. Zwei Komms, einer. Zwei da. Ja, ach, scheiß drauf, kann ich mir eh nicht merken. Knechti. Boah, ich weiß ja nicht, ne? Okay, Stugi hätte jetzt... Also, Stugi hätte jetzt nicht gedacht. Also, hätte ich... Also, ich hätte jetzt eher schon Knechti... Stugi. Hat, ähm... Hat denn Parzival... War Parziböse? War Parzival... Bin ich gespannt, ob Parzival da gekillt hat und böse war. Hallo? 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 Wo seid ihr gerade so? Ich bin in Opel. Der war Time Master. Ich bin kurz vor, um Licht. Ach, Onkelchen war böse. Was? Dann hat der nämlich da gekillt. Also, oben am Eingang Electrical. Okay, dann... Smeggy, du hast gerade das Licht gefixt. Dann entweder Stugi oder Shoshi. Es wird Stugi sein, weil Shoshi war... Also, du musst mir sagen, wo der Kill ist. Dann kann ich dir Infos geben. Äh, rechts vom Storage am Stein. Oh, kurz vor dem Extended Lab. Okay, dann kann's doch Shoshi sein. Ja, eben, weil sie eben gerade ins Office rein ist. Genau, ja. Ja, ja. Ich schwach vor Weapons, dann Offe. Nee, warte, dann... Boah, dann war ich sogar kurz... Alter, war ich oben beim Fixen, über dem Lava-Pit. Jetzt bin ich zurückgelaufen. Das ist richtig. Okay, warum erwähnst du nicht, dass du rübergeportet bist ins Labor? Ah, du, ich bin... Stimmt. Nee, bin ich. Nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das bin ich. Das ist aber tatsächlich, nachdem ich Shoshi gesehen hab, drei Sekunden danach gestorben. Ich glaube... Also, ich hoffe, dass zeitlich es nicht gepasst hätte, bis sie rumgelaufen wäre. Ich war das nicht, nee. Wie weit ist der Kill von diesem Weg in dem Storage entfernt? Also, ist der unmittelbar dort in der Nähe oder schon weiter rechts oder weiter unten? Also, er ist näher am Storage Extended Lab als am Office. Aber das könnte Shoshi gewesen sein. Also, ich bin eigentlich... Nee, du kannst leider beides nicht vergleichen, Grisly, ne? Ja. Äh, Grisly, nee, hab ich nicht. Tatsächlich, ne? Ich wollte hier Stugi an der Stelle. Ja, ist so ein Einpassung, ne? Welch Gesser hätte ich dich gegessen? Punkt. So, oder ich hätt's zumindest versucht. Du bist also auch kein Gesser? Sonst wär ich schon raus, ne? Ich war auch, als das Licht aus war, bin ich kurz am Admin-Table gewesen und irgendjemandes hin und her gewendet. Das Ding ist, guck mal... Ja, das war... Ein bisschen angehört, als hätte sich Stugi ein Alibi von Kayoken geholt in der Runde, wo Kayoken die Leichen reportet hat. Deshalb sind die beiden offenbar nicht in einem Team gewesen. Ja, das Ding ist, ich hab aber auch Shoshis Trollcall... Aber ich hab ja davor gefragt, ob man das Flapflap hört. Ja, ja, ja. Ich hab aber Shoshis Trollcall mit... Ja, dann bin ich, äh, der andere Killer, oder... Nein! Du hast irgendeine Bemerkung reingeworfen. Nein, nein, nein. Also, es waren alles Haus außer ich, und dann hab ich gesagt, haha, insgeheim war es ich. So. Ich hab hier Stugi gewotet, und, äh, hätte ich gestern können, dass du hier auch versucht, zu gestern... Nee, 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 vote Stugi. Ja, die wollen ihn raus, okay. Falsch. Ey, Grizzly, ich kann dir da gleich noch was zu erklären, ne? Ich schätze jetzt auf Shoshis, alles fein. Ja. Crazy. Okay, haben sie geschafft, ne? Ey, Adlucky kann das sein. Sehr. Nice. Ich sehe, ich sehe, ähm, Toni, der neben der Leiche steht und denkt mir, warum steht der denn da so? Ja, okay, dann nehm ich ihn halt mit. Das Ding ist, ich bin halt... Ja, ja, aber du hüpfst ja beim Springen auf wen? Ich hüpfe auf dich drauf, kille ich und stehe in der Trap. Ja. Ah, deswegen steht er da. Ja. Das Ding ist, ich bin erst da durchgelaufen, keine Trap. Ich geh, äh, ich geh durch, also von, von rechts nach links, äh, nee, erst, erst von drinnen nach draußen, keine Trap. Von draußen nach drinnen, keine Trap. Dann geh ich wieder nach draußen, auf einmal Trap. Diese scheiß Trips. Crazy, ne? Ja. Hallo YouTube an der Stelle. Freunde, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ihr seht es, ne? Wir sind immer noch im Sabaton. Drei Minuten noch auf der Uhr, ne? Die Leute knüppeln hier richtig rein, ne? Wir sind 25 Tage live gewesen. Äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal live im Stream vorbeischauen würdet, okay? Schreibt gerne mal einen Kommentar für den Support des Videos und checkt gerne mal den neuen YouTube-Channel ab, okay? Küsschen geht raus. Küsschen geht raus.